Der Ring der Kraft Ausschnitte aus dem Kapitel Die Strategie eines Zauberers Sobald der Lehrling eingefangen ist, beginnt die Unterweisung, vor er fort. Die erste Handlung des Lehrers besteht darin, dass er dem Schüler die Vorstellung vermittelt, dass die Welt, die wir zu sehen glauben, nur eine Ansicht, eine Beschreibung der Welt ist. Alle Bemühungen des Lehrers zielen darauf ab, dem Schüler dies zu beweisen. Aber es zu akzeptieren, scheint uns schwerer zu fallen als alles andere. Selbstgefällig sind wir in unserer partiellen Weltansicht befangen, die uns zwingt, so zu fühlen und zu handeln, als wüssten wir alles über die Welt. Vom allerersten Augenblick an bezweckt der Lehrer mit all seinem Tun, diese Ansicht zu stören. Die Zauberer nennen es den inneren Dialog anhalten. Und sie sind davon überzeugt, dass dies die allerwichtigste Technik ist, die der Lehrling lernen kann. Um einer Weltansicht ein Ende zu setzen, der wir von der Wiege angehorchen, genügt es nicht, dies nur zu wollen. Wir brauchen dazu eine praktische Aufgabe. Diese Aufgabe ist das richtige Gehen. Das erscheint harmlos und unsinnig. Wie alles, was Kraft in sich trägt oder Selbstkraft ist, entgeht das richtige Gehen unserer Aufmerksamkeit. Du hast es zumindest viele Jahre lang als eine komische Verhaltensweise verstanden und aufgefasst. Erst letztendlich dämmerte dir, dass es das wirksamste Mittel ist, deinen inneren Dialog anzuhalten. Wie kann das richtige Gehen den inneren Dialog anhalten, fragte ich. Diese besondere Art zu gehen überflutet das Tonal, sagte er. Es durchströmt es, siehst du, die Aufmerksamkeit des Tonal muss auf seine Schöpfungen gelenkt werden. Eigentlich schafft überhaupt erst diese Aufmerksamkeit die Ordnung der Welt. Das Tonal muss also aufmerksam auf die Elemente seiner Welt achten, um diese zu stützen, und muss vor allem die Ansicht der Welt als innerer Dialog aufrechterhalten. Das richtige Gehen, sagte er, sei eine List. Dabei lenkt der Krieger durch das Einkrümmen der Finger seine Aufmerksamkeit zuerst auf seine Arme und dann, indem er, ohne seinen Blick zu zentrieren, auf irgendeinen Punkt geradeaus vor ihm auf einem an seinen Fußspitzen beginnenden und über dem Horizont endenden Bogen schaut, überflutet er buchstäblich sein Tonal mit Informationen. Das Tonal, sagte er, könne dann ohne unmittelbaren Kontakt mit den Elementen seiner Beschreibung nicht mehr mit sich selbst sprechen, und so entstehe das innere Schweigen. Es komme dabei gar nicht auf eine bestimmte Stellung der Finger an, erklärte Don Juan. Es gehe lediglich darum, durch das Anspannen der Finger in verschiedenen ungewohnten Haltungen die Aufmerksamkeit auf die Arme zu lenken. Das einzig Wichtige sei, dass die unkonzentriert blickenden Augen eine Unmenge Bilder von der Welt auffangen, ohne sie klar zu sehen. In diesem Zustand, fügte er hinzu, könnten die Augen Details aufnehmen, die zu flüchtig für die normalen Beobachtungen seien. Zusammen mit dem richtigen Gehen, Futter und Komfort, muss der Lehrer eine andere, noch schwierigere Fähigkeit lehren, nämlich die Fähigkeit zu handeln, ohne zu glauben, ohne Belohnung zu erwarten, einfach drauf loszuhandeln. Ich übertreibe wohl nicht, wenn ich dir sage, dass der Erfolg eines Lehrers davon abhängt, wie gut und wie harmonisch er seinen Lehrling in dieser Hinsicht leitet. Ich sagte Don Juan, ich könne mich nicht daran erinnern, dass er je das drauflos handeln als besondere Technik behandelt hätte. Höchstens seien mir seine häufigen, aber unzusammenhängenden Bemerkungen darüber präsent. Er lachte und meinte, dies sei ein so unauffälliger Kunstgriff gewesen, dass er bis heute meiner Aufmerksamkeit entgangen sei. Nun erinnerte er mich an all die unsinnigen, beinahe scherzhaften Aufgaben, die er mir stets gestellt hatte, wenn ich bei ihm war. Absurde Pflichten, bei denen ich Feuerholz in symmetrischen Mustern anordnete, rund um sein Haus eine Linie konzentrischer Kreise mit dem Finger in den Sand zeichnete, Staub von einer Stelle zur anderen fägte und so weiter. Dazu gehörten auch Aufgaben, die ich zu Hause erfüllen musste, eine schwarze Kappe tragen, den linken Schuh zuerst binden, den Gürtel von rechts nach links schnallen und so weiter. All dies fasste ich stets nur als Scherzaufgaben auf, denn immer, wenn ich mir so etwas zur regelmäßigen Gewohnheit gemacht hatte, meinte Don Juan, ich dürfe es ruhig wieder vergessen. Als er nun all die Pflichten rekapitulierte, die er mir aufgegeben hatte, erkannte ich, dass er, indem er mich zu so sinnlosen Routinehandlungen veranlasste, mir tatsächlich einen Begriff davon vermittelt hatte, einfach zu handeln, ohne einen Nutzen davon zu erwarten. Doch der Schlüssel zur Welt der Zauberer ist das Anhalten des inneren Dialogs, sagte er. Alle übrigen Maßnahmen sind nur Stützen. Sie bewirken eigentlich nichts anderes, als das Anhalten des inneren Dialogs zu beschleunigen. Um das Anhalten des inneren Dialogs zu beschleunigen, gäbe es zwei besonders wichtige Techniken. Das Auslöschen der persönlichen Geschichte und das Träumen. Er erinnerte daran, dass er mir zu Beginn meiner Lehrzeit verschiedene spezifische Methoden zur Veränderung meiner Persönlichkeit empfohlen hatte. Ich hatte sie in meinen Aufzeichnungen festgehalten und dann jahrelang vergessen, bis ich ihre Bedeutung erkannte. Diese spezifischen Methoden erschienen mir zunächst als höchst idiosynkratische Maßnahmen, die mich zwingen sollten, mein Verhalten zu modifizieren. Die Kunst eines Lehrers bestehe darin, erklärte er, die Aufmerksamkeit des Lehrlings von den Hauptsachen abzulenken. Ein schlagendes Beispiel dafür sei die Tatsache, dass ich bis heute nicht erkannt hätte, dass er mich tatsächlich durch einen Trick zum Erlernen einer der wichtigsten Techniken gebracht hatte, zu handeln ohne Belohnung zu erwarten. Gemäß dieser Regel, sagte er, habe er mein Interesse für das Sehen geweckt, welches genau genommen ein Akt unmittelbaren Umgangs mit dem Nagual sei, ein Akt, der zwar ein unvermeidliches Resultat der Unterweisung, aber als Aufgabe per se unerreichbar sei. Warum war es denn wichtig, mich so auszutricksen, fragte ich. Die Zauberer sind überzeugt, dass wir alle Toren sind, sagte er, niemals können wir freiwillig unsere armselige Kontrolle aufgeben, darum müssen wir dazu getrickst werden. Indem er meine Aufmerksamkeit auf eine Scheinaufgabe, nämlich das Sehen lernen, gelenkt habe, so seine Behauptung, habe er zwei Dinge erreicht. Erstens, habe er die direkte Begegnung mit dem Nagual umschrieben, ohne sie direkt zu erwähnen. Und zweitens, habe er mich mit einem Trick dazu gebracht, die wesentlichen Punkte seiner Lehre als Nebensächlichkeiten zu betrachten. Tatsächlich waren mir das Auslöschen der persönlichen Geschichte und das Träumen nie so wichtig erschienen wie das Sehen. Ich hielt sie eher für einen recht unterhaltsamen Zeitvertreib. Ich meinte sogar, dass ich für diese Übungen die beste Begabung hätte. Die beste Begabung, sagte er spöttisch, nachdem er mich angehört hatte. Ein Lehrer darf nichts dem Zufall überlassen. Ich sagte dir ja, dass du recht hattest, als du glaubtest, ausgetrickst zu werden. Das Problem war nur, dass du überzeugt warst, dieses Austricksen sei dazu bestimmt, deine Vernunft irre zu führen. Für mich war das Austricksen nur ein Mittel, deine Aufmerksamkeit abzulenken oder einzufangen, je nachdem, wie es erforderlich war. Er sah mich mit zusammengekniffenen Augen an und vollführte eine rasche, kreisförmige Handbewegung. Das Geheimnis von alledem ist unsere Aufmerksamkeit, sagte er. Was meinst du damit, Don Juan? All dies existiert nur aufgrund unserer Aufmerksamkeit. Dieser Stein, auf dem wir hier sitzen, ist ein Stein, weil wir gezwungen sind, ihm als Stein Aufmerksamkeit zu schenken. Ich bat ihm, diese Vorstellung genauer zu erklären. Er lachte und drohte mir scherzhaft mit dem Finger. Dies ist eine Zusammenfassung, sagte er. Für Fragen ist später noch Zeit. Nur weil er mich geködert habe, sagte er, hätte ich angefangen, mich für das Auslöschen der persönlichen Geschichte und das Träumen zu interessieren. Er sagte, dass die Folgen dieser zwei Techniken ganz verheerend seien, wenn man sie ausschließlich übte. Und dass seine Sorge folglich die Sorge jedes Lehrers gewesen sei, nämlich den Lehrling nichts tun zu lassen, was ihn in geistige Verwirrung oder Depressionen stürzen könnte. Das Auslöschen der persönlichen Geschichte und das Träumen sollten nur Hilfsmittel sein, sagte er. Worauf der Lehrling sich stützen muss, das ist Mäßigung und Stärke. Deshalb führt der Lehrer ihn in die Lebensweise des Kriegers ein. Diese ist der Leim, der in der Welt der Zauberer alles miteinander verbindet. Stück um Stück muss der Lehrer sie schmieden und entwickeln. Ohne die Standhaftigkeit und Nüchternheit der Lebensweise des Kriegers ist es unmöglich, den Weg des Wissens zu bestehen. Das Erlernen der Lebensweise des Kriegers, sagte Don Kwan, sei der Moment, da die Aufmerksamkeit des Lehrlings nicht abgelenkt, sondern im Gegenteil eingefangen werden müsse. Und er habe meine Aufmerksamkeit eingefangen, indem er mich jedes Mal, wenn ich ihn besuchte, aus meinem gewohnten Lebensumständen herausgerissen habe. Das Mittel dazu waren unsere Streifzüge durch die Wüste und die Berge. Dieser Kunstgriff, bei dem er den Zusammenhang meiner alltäglichen Welt veränderte, indem er mich auf Wanderungen und auf die Jagd mitnahm, war ein weiteres Element seines Systems, das mir entgangen war. Die Auflösung des Zusammenhangs bedeutete, dass ich den Überblick verlor und meine Aufmerksamkeit ausschließlich auf das richten musste, was Don Kwan tat. Was für ein Trick, eh, sagte er lachend. Ich lachte respektvoll. Ich hatte nie erkannt, dass er sich all dessen so bewusst war. Dann zählte er alle Maßnahmen auf, durch die er meine Aufmerksamkeit eingefangen und gelenkt hatte. Am Ende seines Berichts fügte er hinzu, der Lehrer müsse die Persönlichkeit des Lehrlings berücksichtigen. Und in meinem Fall habe er besonders vorsichtig sein müssen, denn ich sei ein heftiger Charakter und hätte mich ohne weiteres aus Verzweiflung umbringen können. Was für ein komischer Kauz du doch bist, Don Kwan, witzelte ich und brach in ein unbändiges Lachen aus. Um dem Schüler zu helfen, seine persönliche Geschichte auszulöschen, so erläuterte er, werde dieser in drei weiteren Techniken unterwiesen. Diese bezeichnete er wie folgt, das Gefühl eigener Wichtigkeit verlieren, Verantwortung übernehmen und den Tod als Ratgeber benutzen. Ohne die förderliche Wirkung dieser drei Techniken würde das Auslöschen der persönlichen Geschichte den Schüler nämlich unstet und wankelmütig machen und ihn in unnötige Zweifel an sich selbst und seinen Handlungen stürzen. Wirklichkeit Wirklichkeit